Herr Guske, Ihre Mission, wenn Sie sich entscheiden, sie zu akzeptieren, ist es, die Feuerwehr zu unterstützen. Bei der Feuerwehr werden die Urlaubsanträge auf Karten geschrieben. Dieses System soll digitalisiert werden. Wir haben Ihr Team für Sie ausgesucht, Ihr Ausbildungsleiter, Herr Burchardt. Er wird Sie eins zu eins betreuen und Ihre Kollegen, die Ihnen beim Brainstorming helfen werden. Ihr Kunde erwartet Sie. Diese Nachricht wird sich in zwei Sekunden selbst zerstören. Und so, Freunde, begann mein erstes Projekt in meiner Ausbildung. Die Auftraggeber erzählten uns ihre Probleme mit den analogen Urlaubsseiten. Die Lösung? Ein digitaler Monitor. Wir haben das Interface als Grafik entwickelt. Nach Abnahme des Kunden mussten wir die Software dafür entwickeln. Unser Ausbilder hat uns beigebracht, wie wir den Brot schreiben, um die benötigte Software bereitzustellen. Für den digitalen Monitor brauche ich ein Programm, was gut aussieht und funktioniert. Mithilfe meiner Entwicklungskonsole entsteht aus mehreren hunderten Teilen Quellcode das fertige Programm. Wenn alles komplett richtig ist, wird das Programm so funktionieren, wie es soll. Herr Guske, Ihre Mission, wenn Sie sich entscheiden, sie zu akzeptieren. Herr Guske, Ihre Mission, wenn Sie sich entscheiden, sie zu akzeptieren. Vielen Dank.